Hast du eigentlich einen Freund? Nein, ich bin Solo. Und du? Ich bin zur Zeit auch Solo. Weiß ich doch. Und nach dem Stress mit Kathi... Soll das auch erstmal so bleiben. Wieso bist du in letzter Zeit eigentlich so skeptisch? Es wär doch schade. Um unser gemeinsames Glück. Uns wird schon keiner in die Quere kommen. Und wenn doch... Es soll ja Leute geben, die bei tragischen Unfällen ums Leben kommen. Computer sind schon was Tolles. Sonst wären wir in ihm zusammen gekommen. Ach Felix. Also gut. Ich besorge Ihnen alle Informationen über Tanja. Und Sie akzeptieren meine Bedingungen. Wenn I call out your name. Forbidden love. Go straight to your heart. In your soul. Losing control. Forbidden love. Go straight to your heart. Was sind Ihre Bedingungen? Nun, ich gehe ein gewisses Risiko ein, während Sie durch meine Information vor großem Schaden bewahrt werden. Mit anderen Worten, Sie wollen Geld. Wie viel? Eine Million. Und ich verhandle nicht. Einverstanden. Eine Million. Werden Ihre Informationen etwas taugen? Eine Million gegen die Information. Im Tausch. Und wenn Sie nichts Interessantes wissen? Dann würde ich Ihnen nicht Ihre Zeit stehlen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Wann? Das werden Sie dann schon merken. Tja dann. Bis bald. Gute Fahrt. Herr Dries? Er hat angebissen. Wo bist du? Ja, ich komme gleich vorbei. Aber vorher muss ich noch etwas erledigen. Fahren Sie mich bitte zur Bank. Was ist mit dem Cover der CD? Hi. Das ist mir viel zu spät. Ja, aber ich weiß, ich brauche es früher. Und was ist mit den Tourplakaten? Ja, dann schick mir die Entwürfe doch gleich rüber. Okay, tschüss. Tut mir leid, hier ist die Hölle los. Ich sehe es. Was wollte ich mit dir besprechen? Ach ja, die Security. Setz dich doch. Soll ich später nochmal wiederkommen? Nein, aber ich war gerade auf einer ganz anderen Baustelle. Also, ich habe demnächst ein Top-Act hier im Studium. Und dafür brauche ich Security. Und... Moment, Daniela. Und ich wollte dich bitten, ob du das übernehmen kannst. Klar, gern. Sorry, das ist echt super dringend. Entschuldige. Frank von A&E hat angerufen. Er fragt, ob du dir das Konzept für den Clip schon angesehen hast. Oh, das habe ich ganz vergessen. Wann braucht er denn meine Rückmeldung? Gestern. Verstehe. Entschuldige. Vanila sagt dir einfach alle Termine, okay? Musst du dich hier wirklich um alles kümmern? Nein, die nehmen mir schon sehr viel ab. Hey, danke, dass du den Job übernimmst. Danke, dass du an mich gedacht. Arbeit ich dir immer so viel? Besonders früh hat sie noch nie Feierabend gemacht, aber im Moment kommt sie ja gar nicht mehr raus. Wahrscheinlich will sie das auch gar nicht. Hi. Hey. Weißt du mit dir, dass du weinst ja? Schatz, komm mal her. Was ist los? Nichts. Ach ja, das sehe ich. Es wird nie was zwischen uns. Zwischen dir und Felix, wieso denn nicht? Er hat es mir gesagt. Nein, Prinzessin Leia. Damit meinte doch nicht dich. Nein, er will im Moment keine Beziehung. Du bist doch nicht gemeint, Süße. Hör auf mich zu trösten. Alex, jetzt hör mal zu. Ich meine das vollkommen ernst. Ich denke, Felix findet dich insgeheim auch ziemlich gut. Das müsste ich doch dann merken, oder? Dann zeig es ihm. Ja, es wird langsam Zeit. Oder willst du ewig anonym mit ihm chatten? Prinzessin Leia. Ich würde im Boden versinken. Da müsste er... Schwesterchen, das ist Sinn der ganzen Sache. Da ist wirklich nichts Schlimmes dran. Nein, ich kann das nicht. Lieber schlage ich ihn mir gleich ganz aus dem Kopf. Hallo Beatrice. Oh, klar, besser. Erzähl, wie war es? Lukas Rohloff liebert Tanja ans Messer. Das hat er gesagt? Er will mir Informationen über sie beschaffen. Und wer garantiert dir, dass die nicht falsch sind? Ach, das werden sie nicht. Also wenn du mich fragst, ich glaube, der will nur dein Geld. Ja, und davon habe ich ein bisschen mehr als Tanja. Also wäre es dumm von ihm, mir was vorzumachen. Aber ob man deswegen trauen kann? Ein bisschen Menschenkenntnis darfst du mir schon zutrauen. Ja, aber wenn das alles eine Falle von Tanja ist? Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Gute war ganz blass von Nevisität. Tanja hat keine Ahnung, dass er sich mit mir getroffen hat. Außerdem weiß er, dass er mich nicht unterschätzen darf. Immerhin könnte ich ihn an Tanja verraten. Und das würde ihm ganz und gar nicht gefallen. Aber wenn Tanja doch noch was im Petto hat, von dem du nichts ahnst. Ach, wenn, wenn, wenn. Was ist im Leben schon sicher? Ich will Tanja vor Henning enttarnen. Und das geht nur über Lukas Rohloff. Oh, hallo Marc. Oh, hallo. Sie waren gar nicht bei der Abschiedsfeier für Nina und Simon? Doch, ich war da. Aber nur kurz, weil ich erst mal im Zimmer kam. Dann haben Sie sich von Ihrem Bruder gar nicht verabschiedet. Ah, hallo. Hallo. Entschuldigen Sie, wollen wir uns da rübersetzen? Ja. Und? Wie läuft es bei dir so? Ach, ich arbeite viel. Was soll ich auch sonst machen? Es lenkt mich ab. Das kommt mir bekannt vor. Ich war bei Marie im Label. Sie macht es genauso. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wieso warst du da? Weil einer der Musiker Security braucht. Die hatte tausende von Sachen um die Ohren. Die pure Hektik. Ja, das Label läuft eben gut. Trinkst du Milchkaffee mit? Ja, gern. Angelo, zwei Milchkaffee bitte. Weißt du, es ist ja schön, wenn das Label gut läuft. Aber so ist das Ganze doch nicht mehr feierlich. Ich meine, Daniela sieht es genauso. Marie und Privatleben, das passt nicht mehr zusammen. Ja, sie müsste mal raus. Jemand müsste es schaffen, sie von ihrem Schreibtisch wegzukriegen. Bloß ich kann das wohl nicht mehr machen. Ja, und wenn ich versuchen würde, sie ein bisschen abzulenken. Ich meine, wäre das okay für dich? Ja. Ja, es würde mich freuen. Hey, ich bin wohl eingeschlafen. Warst du gar nicht müde? Doch. Alles andere hat mich auch gewundert. Ist ja wahnsinnig zärtlich. Was ist los? Nichts. Ich denke nur nach, wie das jetzt alles weitergeht. Mit dir und Henning und so. Ich bleib am Ball. Und bald werde ich mit ihm vom Traualtar stehen. Und wenn dem Arm was passiert, wird natürlich Clarissa die Schuldige sein. Du könntest dich übrigens auch nützlich machen. Wir haben es geschafft, Marie und Henning auseinanderzubringen. Ich kümmere mich um Henning. Aber was kommt Marie? Du meinst, ich soll... Naja, sie hat reiche Eltern. Und das Label bringt bestimmt auch eine Menge ein. Na, was hältst du von der Idee? Wir haben eine Menge Spaß. Und am Ende sahen wir doppelt ab. Ich habe keinen Bock mehr auf das Thema Männer. Was soll das denn heißen? Ja, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich gebe es auf. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wie ich von Christiane höre, essen Sie mit uns. Ja. Cool. Sag mal, hast du was mit deinen Haaren gemacht? Die sehen irgendwie anders aus. Ja, ich habe mal was Neues ausprobiert. Sieht cool aus. Findest du? Ja. Oh, Marc. Hast du noch Fragen wegen deines Auftrags? Nein, das habe ich alles mit Daniela gesprochen. Und du? Sitzt du noch an deinem Konzept? Ja, ich muss es so schnell wie möglich durchsehen. Deswegen schlägst du dir jetzt die Nacht um die Ohren. Wenn es sein muss. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Hm. Rotwein? Ach. Ehrlich gesagt nein. Marc. Du siehst doch, dass ich sehr viel zu tun habe, hm? Ja. Ich sehe aber auch, dass du hier mal dringend raus musst. Danach geht es auch viel schneller vorwärts. Hm? Was soll das werden? Ein Vortrag in Kreativitätstheorie? Hm. In Fachkreisen nennt man das, glaube ich, Einladung. Die ich leider ablehnen muss. Aber du kannst ja mal ins No Limits gehen. Vielleicht findest du hier jemanden zum Mittrinken. Marie, es geht nicht um irgendjemanden, es geht um dich. Ich... Ich habe das Gefühl, naja... Dass du dich mit Arbeit zuschüttest, um deine Probleme mit Henning zu vergessen. So. Meinst du? Dann bedanke ich mich für die Analyse. Aber ich muss jetzt wirklich weitermachen, sonst setze ich bis morgen früh her. Haben Sie das Geld besorgt? Ja, es ist in einem Koffer in meinem Safe. Das war aber anders ausgemacht. Glauben Sie im Ernst, ich lasse eine Millionen Bar in meiner Wohnung rumliegen, wenn ich mich mit einem fremden Mann treffe? Trauen Sie mir etwa zu, dass ich... Hm. Bei so einer Summe ist schon so mancher schwach geworden. Und jetzt zur Sache. Tanja will sich an Henning ranmachen. Diese Information ist allenfalls einen Hunderter wert. Sie will seine Frau werden. Ach, das ist nicht weiter erstaunlich. Na gut, ich merke, Sie sind schwer zu beeindrucken. Gut erkannt. Tanjas Plan liegt doch auf der Hand. Sie will sein Geld. Ich will Fakten. Wenn Tanja es wirklich schafft, Henning zu heiraten, bleibt nur noch ein Problem. Henning? Ja, er würde irgendwie stören. Was hält Sie mit ihm vor? Wie heißt es so schön vor dem Altar? Bis dass der Tod euch scheidet. Verstehe. Sie sollen aber auch nicht leer ausgehen. Deshalb hat Tanja Ihnen eine ganz besondere Rolle zugedacht. Die der Sündenbox. Sie sollen als seine Mörderin ins Gefängnis wandern. Ist das alles? Alles, was ich weiß. Ihr entschuldigt mich, aber ich habe noch zu tun. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dir auch. Boah, immer nur Arbeit. Wie mega ätzend. Tja, da siehst du mal, was auf dich zukommt. Das hat noch Zeit. Erstmal wird ohnehin studiert. Und du? Was ist denn los mit dir? Hast schon die ganze Zeit nichts gesagt. Ja, wie denn auch, wenn Papa die ganze Zeit von seiner Firma redet? Ja, stimmt. Wann kommt eigentlich Christian wieder? Äh, in ein oder zwei Wochen. Vielleicht aber auch später. Könnte ich gut verstehen. London muss ober cool sein. Aber wenn er wieder hier ist, dann zeige ich ihm auch, dass bei uns was abgeht. Ja, ich finde, wir könnten auch so mal wieder was zusammen unternehmen. Nicht, als wenn unser Star-DJ zurück ist. Ja, morgen zum Beispiel. Da habe ich frei. Wir könnten uns im No Limits treffen. Hast du Lust? Ich weiß nicht. Hey, Darts spielen. Das wird bestimmt lustig. Na gut. Klasse. Fragst du auch Lara? Ja, ich ruf sie an. Cool. Also bis dann. Ciao. Ciao. Musste das sein? Ich will nicht andauernd mit Felix zusammen sein. Was soll das, Gräfin? Wollen Sie mich hinhalten, oder haben Sie das Geld gar nicht? Doch, doch. Aber Sie bekommen es erst, wenn Sie mir alles nochmal erzählen. Entgegenwart meines Stiefsohns. Henning. Ganz recht. Das gehört aber nicht zu unserer Atmachung. Tut mir leid, aber Henning muss Tanjas Plan aus Ihrem Mund hören. Er würde mir nicht glauben. Oh. Und ich soll Ihnen glauben, dass ich dann mein Geld bekomme? Wenn Ihnen nicht mal Ihr Stiefsohn vertraut? Das muss ich Ihnen nicht kümmern. Das gefällt mir aber nicht. So könnten Sie mir auch gleichzeitig beweisen, dass das keine Falle ist. Falle? Es könnte doch sein, dass Tanja Sie geschickt hat. Wenn Sie Henning die Wahrheit über Tanja erzählen, dann glaube ich Ihnen. Und bis dahin behalten Sie Ihr Geld, richtig? Gut. Damit haben Sie die Bedingungen geändert. Das muss ich im Preis bemerkbar machen. Ich schlage eine Million vor. Sonst noch Wünsche? Ja. Henning darf Tanja niemals erzählen, dass ich die Seiten gewechselt habe. Keine Sorge, das wird nicht passieren. Und was das Geld angeht, verdienen Sie sich erstmal die erste Million, dann sehen wir weiter. Wunderbar, dann sind wir uns hier einig. Das heißt, die Audienz ist demnach beendet? In der Tat. Ich rufe Sie dann an, sobald ich den Termin für das Treffen mit Henning weiß. Freut mich. Ich habe Ralf schon mal gesagt, dass er die Demos für Co-Curtain erstmal abmischen soll. Ach super, und das Konzept kannst du gleich Frank faxen. Mach ich. Gut. Hier, für dich. Danke. Ach übrigens, der Sänger von Calliope hat angerufen. Kenn ich nicht. Was? Aber da sind doch die Newcomer. Das ist mir entgangen. Werden die denn was für uns? Ja, total. Insofern würde ich die Einladung auch annehmen. Die machen heute Mittag eine Session. Heute Mittag? Wann soll ich dann arbeiten? Das lohnt sich bestimmt. Dann geh du doch hin. Aber der Sänger will unbedingt dich kennenlernen. Na gut. Ich reich dir dann die Adresse rein. Ich mach das. Ja, hallo. Ich bin's, Daniela. Das hat geklappt. Sie kommt. Hörtchenservice. Hi. Hallo. Hi. Warum hast du nicht gesagt, dass Daniel mit frühstückt? Daraus wird leider nichts. Ich hab Schicht. Ja, dann sehen wir uns nachher im No Limits. Ja. Bis dann. Warum bin ich nicht früher gekommen? Ich meine, dann hätte ich mehr von Daniel gehabt. Dann treff dich doch das nächste Mal gleich mit ihm alleine. Sorry. Wie geht's denn überhaupt? Bitte. Was ist das? Meine Antwort. Ist das nicht dieser Olaf? Hm. Ganz genau. Skywalker aus dem Chatroom. Oh. Das Bild hat er mir heute gemailt. Eigentlich sieht der ja doch ganz nett aus, hm? Hm. Der Typ kapiert einfach nicht, dass ich ihn nie wieder treffen will und auch nicht mehr mit ihm chatten möchte. Ja, dann ändere doch einfach deinen Chatnamen. Ja, das würde ich ja am liebsten. Aber dafür ist es doch jetzt zu spät. Wieso? Na, überleg doch mal. Felix kennt mich doch nur unter dem Namen Prinzessin Leia. Hm. Auch wieder wahr. Also diesem Olaf antworte ich jedenfalls nicht mehr. Genau. Und irgendwann wird er dich schon in Ruhe lassen. Hast du dir schon überlegt, was du nachher anziehen willst? Mhm. Dann gucken wir gleich mal in deinen Schrank. Vielleicht finde ich auch für mich was Cooles. Dani ist ja auch im No Limits. Schmeckt dir der Kaffee nicht? Nein, nein. Ich... Ich muss einfach mal daran denken, was Tanja vorhat. Wirklich ein unglaublicher Plan. Diese Frau ist einfach noch skrupelloser, als ich gedacht habe. Henning nach der Hochzeit umzubringen, um es dir in die Schuhe zu schieben. Gott sei Dank sind wir ja gewarnt. Ja, wir schon. Aber Henning ahnt ja gar nichts. Henning wird schon noch früh genug die Wahrheit über unsere kleine Freundin erfahren. Frag sich nur, ob er dir glaubt. Mir nicht. Aber Lukas Rohloff. Die beiden kommen später hierher. Glaubst du, dass Rohloff das Henning ins Gesicht sagen wird? Er wird es müssen. Erst hat sich Rohloff natürlich geweigert. Aber dann konnte ich ihn überzeugen. Wenn das alles nur gelogen ist? Wenn er uns einfach ablenken soll? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich sage dir, wir werden gewinnen. Der Job als Pressereferentin ist echt klasse. Und bei Weimbach All Media zu arbeiten ist besser als beim Stadtmagazin. Obwohl du da auch eine Menge gelernt hast. Ja klar. Ich weiß, wo es jetzt die besten Brötchen gibt. Hey. Gabriela. Das ist Dominik. Zum Freund von mir. Danke. Hi. Grüß dich. Hi. Hey, Marc. Du auch hier? Wie du siehst ja. Hallo. Hast du niemanden mitgebracht? Nee. Aber hier lernt man doch bestimmt jemanden kennen, oder? Davon kannst du ausgehen. Ach, Marc übrigens. Das ist Dominik. Dominik, Marc, Marc, Dominik. Hallo. Hallo. Hi. Nee, jetzt mal ernsthaft, Tom. Warte noch auf jemanden. Oh. Muss weg. Tschüss. Tschüss. Bis später. Tschüss. Steffi. Grüß dich. Wer bist du ja? Das ist ja witzig. Ist Calliop ein Kunde von dir? Wer? Calliop? Gibt's doch gar nicht. Ich wollte dich halt nur mal von deinem Schreibtisch wegholen. Aber Daniela und Ralf haben doch gesagt, dass... Dass sie dichthalten werden, ja. Und dass sie dich hierher schicken. Das glaub ich jetzt nicht. Weißt du eigentlich, wie viel ich zu tun habe? Wahrscheinlich genauso viel wie ich. Aber ich wollte dich halt mal aus deinem Büro holen. Ich hab aber keine Lust auf irgendwelchen Partys rumzustehen. Dafür fehlt mir jetzt echter Sinn. Sinn oder nicht Sinn. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier. Und trink mir was. Und wenn dir dann der Sinn danach steht, dich wieder hinter deiner Arbeit zu verkriechen, dann bring ich dich auch nach Hause. Das ist versprochen. Ja, das ist gut. Hm? Hey, die anderen sind fertig. Kommt! Ich sage vor, wir machen zwei Teams. Alexa und ich gegen euch beide. Hey, gute Idee. Mein Bruder spielt ja so schlecht. Du hast keine Chance für uns das am Layern. Pssst, verrat mich nicht. Quatsch. Hey, was gibt's noch zu flüstern? Fäckst du an? Ja. Okay. Und? Ganz okay. Heißt das, dass wir eventuell noch ein bisschen bleiben? Eventuell? Obwohl ich es nicht mag, wenn man mir so ein Theater vorspielt. Manchmal geht es halt nicht anders. Okay, okay. Ich geht's ja zu. Ich arbeite zu viel. Aber du weißt ja warum. Naja, vielleicht solltest du es mal mit Spaß versuchen. Das soll auch helfen. Schon gut, ich hab verstanden. Hi. Na? Was machst du denn hier? Ich hatte keine Wahl. Man hat mich sozusagen gezwungen. Ah. Na, alles klar? Ja. Und bei dir? Also ich find's super hier. Sag mal, hast du schon andere nette Leute kennengelernt? So wie mich zum Beispiel? Ich denke schon. Wie sieht's aus? Hast du Lust zu tanzen? Wer? Ich? Ja, wer denn sonst? Marc scheint ja heiß begehrt zu sein, ne? Ich merk schon. Also, wie sieht's aus? So, Franzi. Matchball. So, dann mach ruhig, sonst kann ich mich mit dem Konzentrieren. Hey, Ruhe bitte! Komm an! Ja, gewonnen! Das beste Team, das es gibt. Sorry. Ja. Tja, wir beide sind im Mund schlagbar. Hey, eure Getränke. Hallo. Ich komm. Wer sagt denn? Ich bin jetzt total begeistert von hier. Ja, lass es mir auch. Mhm. So. So, dann lass uns mal auf das siegreiche Team anstoßen. Ja. Hallo Prinzessin. Schön, dich zu sehen. Hallo Clarissa. Schön, dass du dir Zeit nehmen konntest. Was geht's denn so dringend? Geht's um Marie? Guten Tag. Guten Tag? Ich habe Herrn Roloff dazu gebeten. Aus gutem Grund. Und der wäre? Es geht um Tanja. Oh bitte, wie oft denn noch? Clarissa, behalte deine Geschichten für dich. Ich werde gar nichts sagen. Hör dir einfach an, was Herr Roloff dir mitzuteilen hat. Tanja hat nicht ohne Grund ihre Nähe gesucht. Es ist Teil ihres Plans. Bitte. Was soll das werden? Fahren Sie fort. Es ist Tanjas Ziel, ihre Frau zu werden. Leider nicht aus Liebe, sondern um an ihr Geld ranzukommen. Und das geht am einfachsten, indem sie ihre Witwe wird. Tanja will sie nach der Hochzeit umbringen. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Ihr schreckt wirklich vor nichts zurück. Ich glaube diesem Mann kein Wort. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Da будетści ver mehrmals. Was soll das? Was soll das? Was soll das?